Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Gothic 2 The Dark Saga. In der letzten Folge haben wir uns an Urtan gemessen und ihn besiegt. Wir kriegen gleich einen Stärkepunkt, der hat uns am Ende irgendwie nochmal niederschlagen wollen aus unerfindlichen Gründen. Ja, vielleicht bringt uns jetzt was bei. Also, kannst du uns was beibringen? Bla, bla, bla. Ich bin gekommen, um von dir zu lernen. Was? Du willst mein Lehrling sein? Ganz genau. Schließlich habe ich noch nie einen besseren Axtkämpfer getroffen. Das ist eine große Ehre für Urtan. Es ist mir eine große Freude, dich zu unterrichten. In was? Ich möchte... Horkwaffe lernen, das tut mir überhaupt nicht. Zeig mir, Moran. Und Zweihandkampf. Und leider... Guckt euch mal die Preise an. Wenn es bei Stärke genauso aussieht, dann stimmt irgendwas nicht. Ich bezahle doch von fünf Stärke keine 500 Gold. Also das ist maßlos zu viel. Maßlos zu viel. Hey, du! Söldner, du hast einfach Glück, dass Urtan heute nicht in Farm ist. Was ist mit meiner Belohnung? Du kannst dein Gold einsammeln und die Belohnung für deinen Sieg erhalten. Wer ist der nächste Kämpfer? Söldner, den U-Kommandant. Ja, genau. Also man darf nur jeden Tag einmal kämpfen. Und ich habe das Gefühl, dass die Kosten für die... Also... ...die Extrakosten neben den Lernpunkten für die Fähigkeiten... ...eventuell stufenabhängig sind. Wäre zumindest so meine Einschätzung. Also 100 Gold für einen Punkt in zwei Hand. Also tut mir leid, das ist wirklich off. Das ist extrem off. Ja, also ich ärgere mich gerade, dass ich nicht mehr brockenmagisches Erz investiert habe... ...für ganz einfache Punkte. Weil da muss ich sagen, das ist wirklich alles andere als balanced. Und es ist auch keine Herausforderung oder sonst was. Es ist einfach dämlich. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht vorschnell urteilen... ...aber ich habe das Gefühl, die Stärken für Kosten... ...also die... ...die Kosten für Stärke werden genauso hoch sein. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, das ist absoluter Bullshit. Also wenn es der Fall ist, ich call absoluter Bullshit. Also 500 Gold für 5 Stärke. In einer Mod, die einen so mal trätiert... ...und ich sage das deswegen, weil ich wie gesagt schon mal gesehen habe, was da draußen noch alles auf uns wartet. ...und Unmengen an Gegnern. Ja, was wiederum erklären könnte, warum man dann hier so ein bisschen... ...versucht, die Kosten hochzuhalten, damit man halt immer noch... ...nehm, vom... ...ich sag mal finanziellen her... ...das im... ...ich sag mal einigermaßen balanced hält. Aber... ...alter Vater. Das hätte man wenigstens mal halbieren können. 250 Gold für 5 Stärke, das ist die Schmerzgrenze. Wer ist der nächste Kämpfer? Mara kennt die Regeln. Ja, hier. Du kämpfst gegen Tarakarn. Ja, man dürfte raten, das ist immer noch nicht der Stärkelehrer. Absolut korrekt. Warum war das mir eigentlich klar? Wieso ist es eigentlich jedes Mal so? Der Stärkelehrer ist erst der dritte. Ey, im Ernst? Ach so! Ach so! Ach so! Oh, ah ja, klar. Das ist natürlich der Fernkampfer, äh, Fernkampfer, ne? Yo. Schießt er trotzdem? Macht uns One-Hit! Wir haben 300 Leben! Mein Vater wird wahrscheinlich 200 Stärke, das ist ja auch ein Ork. Tja. Ähm. Wie soll ich sagen, das können wir vergessen. Also. Ne, es tut mir leid. Das ist, äh. Der ist mehr als bescheuert. Es tut mir leid, es ist mehr als bescheuert. Also. Was soll ich da sagen? Ich glaube, das ist absolut, das können wir vergessen. Und ich finde es nicht gut. Ich finde es einfach nicht gut. Dass man sich in so eine Situation spielerisch hinein manövriert. Muss ich, also ich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich finde es bescheuert. Ich finde es wirklich dumm gelöst. Ich kann es nicht anders in Worte fassen. Ich finde es dumm gelöst. Tja. Tja. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, wir werden uns mit der Konsole jetzt aushelfen müssen. Also, wie gesagt, so sehr ich diese Konzepte eigentlich unterstütze, wie interessant ich das finde, wie die vorgehen und so weiter und so fort. Ich muss hier anders, also ich komme hier nicht weiter. Ich muss jetzt ganz ehrlich mir eingestehen, ich komme hier nicht weiter. Es geht nicht. Ich kann den Typ in der Arena nicht besiegen. Und bevor ich den nicht besiegen kann, kann ich halt den anderen Typ nicht besiegen, der uns dann die Stärke beibringt. Ich muss jetzt wirklich einen Cut setzen, das geht nicht. Ich muss jetzt ganz kurz hier hochfliegen. Irgendwo hier hin, zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heißt der so? Nee. Hä. Natürlich nur die Frage, wie dieser NPC heißt, den ich jetzt suche. Denn wir brauchen jetzt einen Lehrer. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Wir haben jetzt 52 Stärke und noch 32 Lernpunkte. Und ich, ist normalerweise nicht mein Ding, mache ich eigentlich eher ungern. Aber die Mod lässt mir keine andere Wahl tatsächlich. Also, ich spiele ja nur auf Mittel. Ich hätte auch, es hätte auch leicht gespielt, hätte ich das gewusst. Ich dachte halt, Mittel ist halt ganz normal machbar, wie man es halt kennt. Aber das ist halt wirklich schnell, das ist der blanke Hohn. Also, hier werden die Lehrer so geblockt von anderen Spielekonzepten und Mechanismen, die einem das Leben zur Hölle machen. Also, sorry, da kriege ich einen Rappel. Das hat auch, also in meinen Augen nichts mehr mit Spaß zu tun. Das ist einfach nur irre. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht jetzt schaffen. Wir haben jetzt diese andere Waffe. Und auch 30 Stärkepunkte mehr. Also, jetzt ist es auch nicht die Welt. Gucken direkt mal, ob das etwas bringt. Ja. Ich glaube, immer noch keine Chance. Wir haben jetzt 30 Stärkepunkte mehr. Und ich glaube, 15, 20 Damage mehr mit der Waffe. Keine, keine Chance. Also, null Chance. Null. Absolut und insgesamt null Chance. Wir können dem nicht ausweichen. Wir haben sogar Schutz vor Pfeilen. 55. Wir haben 336 Lebenspunkte. Macht uns One-Hit. Den davor konnte man ausmanövrieren. Aber gegen den geht nix. Null und nix. Und die Piraten sind mir jetzt auch gerade scheißegal. Ich gebe jetzt die Quest mit dem rohen Fleisch ab. Oder mache ich das nicht? Ich mache Folgendes. Wir pennen bis zum nächsten Morgen. Und gucken wir uns die Welt noch ein bisschen an. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen besser zurecht. Weil, also ich habe das ja, als ich Offscreen da Lurker und Blutfliegen und Co. getötet hatte, das war wirklich eine Plage. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich habe nix dagegen, wenn das ein bisschen fordernd ist. Aber ich habe, also ich sehe es halt wirklich als Zeitverschwendung an, wenn ich da 2 Minuten pro Gegner rumrenne und mich zum Aff mache. Dass die Arena jetzt schwerer wird, das ist zum Beispiel an sich kein Problem. Das finde ich okay. Das kann man machen. Aber was ich eigentlich nicht okay finde, ist, dass ich keinen Stärkelehrer habe. Ich kann nicht stärker werden. Und die Kosten erhöhen sich dann umso mehr für Level-Ups. Das ist doch irre. Also wer, das ist doch ein bisschen off. Oder findet ihr nicht? Also ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe gerade den Drang, mich zu rechtfertigen. Aber eigentlich weiß ich ganz genau, dass das eigentlich okay ist. Weil das hier echt hartes Pflaster ist. Also die Mod ist ein richtig, richtig hartes Pflaster. Ja, und ich meine das jetzt nur, weil... Klar, also ich gebe gerne zu. Ich bin da nicht der beste Kämpfer. Ja, ich bin da auch nicht der geduldigste Kämpfer. Also wirklich, versteht mich nicht falsch. Da habe ich keinen Anspruch dran. Ja, aber das ist halt ein bisschen extrem. Und entweder mache ich irgendwas falsch und übersehe was. Aber ich habe mir sogar nachgelesen. Es gibt sonst keine Stärkelehrer. Tix und Ruma in der Mine. Und den Ork hier draußen. Und jetzt frage ich euch wirklich nochmal. Wie kommt man auf die Idee, dass der Stärkelehrer erst zur Verfügung steht, wenn man durch diese wahnsinnige Orks sich durchgeboxt hat? Also diesen Karakam. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Der schießt uns mit einem Schuss um. Und er lässt sich von uns nicht mal irgendwie beeindruckt niederschlagen. Also ich habe das Gefühl, gegen den machen wir nicht mehr Schaden als zuvor. Trotz mehr Stärke und etwas besserer Waffe. Das wird bitter werden. Bitter und übel. Und die Welt ansonsten bietet halt eine Menge Gefahren. Eine Menge Action. Aber um den Herr zu werden, diesen Herausforderungen, muss man halt ein bisschen mehr auf dem Kerbholz haben. Und weil das alles halt hinter den Dingen geblockt ist, hinter der Sache mit dem... Ist das hier die Höhle, wo wir hin sollen? Aha. Okay, wenigstens haben wir die Quest. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die... Jetzt kommen natürlich direkt da alle. Ne, es kommt nur einer. Okay, immerhin. So, aber wenigstens kassiert der jetzt mal. So, das macht es jetzt schon mal ein wenig angenehmer. Also der entlaufende Sklave, er ist nicht weit gekommen. Okay, interessant. Und es ist die mysteriöse Höhle, mit der ja irgendwas nicht stimmen soll. So, wir haben jetzt hier Lurker sehen, alles klar. Nein, bitte nur einer. Also gegen den merkt man es, wenn der Crit kommt, kommt er gut. Natürlich kommt er gerade die ganze Zeit nicht. Und wir sind ein Einhandlehrer, freue ich es mir halt auch noch. Aber ihr seht es, die Rüstung, die übrig ist, die geht. Die Lurker sind kein Problem. Aber uns mangelt es halt ganz klar in der Offensive. Und es mit der guten Defensive nehme ich natürlich auch nochmal zurück. Wenn ich bedenke, wie uns der Karakam malträtiert mit einem Bolzen. Aber andere Geschichte. Wenigstens ist die offene Welt, zumindest was die Lurker angeht, jetzt einigermaßen machbar. Das ist schon mal eine gewisse Beruhigung. Hier haben wir den entlaufenden Sklaven. Und das Erzbrocken bei dem, den der dabei ist, ist für uns jetzt mittlerweile leider auch komplett wertlos geworden. Das ist auch sehr, sehr schade. Hier haben wir einen Smaragd, okay. Hat einen Wert von 100. Jetzt gucken wir uns hier nochmal genauer um. Und gerade wegen diesen hohen Kosten ist es vermutlich, ich gehe besser nicht weiter. Das könnte tödlich sein. Okay, ach du Scheiße. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ah. Okay, das ist sehr simpel. Konzipiert. Da erwartet einen einfach der Tod. Das ist natürlich sehr interessant. So, das heißt, wir werden jetzt die nächsten Folgen erstmal damit verbringen, eine Menge, Menge Getier umzubringen. Ist jetzt zwar nicht sonderlich spannend, aber wir gucken uns ein bisschen die Welt an. Denn diese Welt bietet tatsächlich eine ganze, ganze Menge. Vor allem an Kämpfen. Und das macht eigentlich wieder fast unangenehm. So, hier kann ich euch nochmal zeigen. Also je nachdem, wie gut man das sieht. Also hier erstmal an dem Ding, an diesem Stein wird man schneller. So weit, so nett. Und hier war überall, ja so, Scavenger-Gefiech und so. Ein paar Goblins. Die habe ich alle schon offscreen erledigt. Aber hier oben, und ich glaube, da geht es auch in Richtung der Piraten, wo ich ja hin will für die Quest. Hier wird es wieder ein bisschen unangenehmer. Denn ich meine, wir müssen hier durch diese Festung. Und die ist, also unheiliger könnte sie nicht sein. Sieht cool aus. Muss man sagen, sieht sehr cool aus. Dann kriege ich hier einen Blitzschlag ab. Und habe weniger Stärke. Das ist auch wieder, können wir neu laden. Ähm. Ja, die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie ich von den Piraten, die werden hier unten, quasi zurückkommen. Also kann ich nicht weiterlaufen. Da kriege ich einen Blitzschlag ab. Hier ist nochmal Heilkraut. Puh. Also wie gesagt, die Mod ist heftig. Die Mod ist einfach heftig. Man kriegt viel zu wenig an die Hand. Was an sich nicht schlecht ist. Versteht mich nicht falsch. Aber wie sollen wir damit arbeiten? Wir selbst haben nur mäßig gutes Zeug. Alles ist teuer. Wirklich teuer. Alles bringt uns um. Da zweifle ich echt, ob es eine gute Idee war. Nicht wirklich. Also ich hätte es vielleicht einfach auf leicht stellen sollen. Und selbst dann wäre ich mir noch unsicher. Einfach weil die Konzeption der Mod ebenso unterschiedlich ist zu den uns Bekannten. Wie gesagt, da sind die Gegner so heftig zu machen und dann vor allem so vielfältig. Da oben ist irgendwie auch so eine Goblin-Bande und einer von denen schießt sogar Feuer. Jetzt kann ich hier den die Ader nicht mal ausnehmen. Das ist ja auch doof. Da oben haben wir einen Snapper. Den könnten wir vielleicht klarkommen. Oh, und wie. Also der ist kein Problem. Zugegebenermaßen. Kommen wir hier hoch. Das interessiert mich deswegen. Weil ich weiß, dass ich an den Goblins nicht vorbeikommen werde. Scheiß die Wand dann. Scheiß die Wand dann. Ihr wisst ja gar nicht, was da oben auf uns lauert. Deswegen versteht ihr meine Sorge gerade gar nicht. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da oben ist ein Drachen-Snapper wohlgemerkt. Der ein bisschen festglitscht. Ich habe nicht lange genug in den Orten gewartet. Ach du Scheiße. Und sterbe auch noch gegen den Goblin. Das Problem ist nur, gesetzt der Fall, dass der Drachen-Snapper da oben die ganzen Goblins tötet. Was er tut. Könnte er uns in dem Sinne sogar helfen? Aber wir müssen halt hoffen, dass er stirbt. Warum rennt der jetzt weg? Hallo. Hey, stehen geblieben. Oh, dass ich mir wegrennen müssen. Ich kriege zu viel. Also, Alter, geziemt sich auch nicht hier eigentlich. Aber so kann man auch hinterher. Das bleibt doch stehen. So. Wenigstens einmal 150 EP gehen an uns. Schön, dass wir diesen Stein haben, der uns schneller macht. Damit könnte man, also in der Theorie, will ich dazu sagen, ich habe hier wieder einen Schattenläufer, in der Theorie könnte man ja dann an den Goblins da oben vorbei rennen. Ich sage nur in der Theorie, weil in der Praxis ist es unmöglich. Absolut unmöglich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum. Naja, ganz einfach. Weil der Typ einfach mit Feuer bombardiert. Und an dem kommen wir nicht vorbei. Ganz ehrlich, ich lag nochmal neu. Ich will, dass die massakriert werden von dem Drachensnapper, sonst sind die einfach im Weg. Die sind wirklich eine Blockade. Man kommt da nicht vorbei. Ja, der ist gar keine Hilfe für uns. So, jetzt gucken wir uns das erste Mal an. Der hat keine Chance gegen die, oder? Und da kommt der normale Snapper vorbei? Alles klar. Was nur er der abhaut. Soll er abhauen? Der rennt auch weg. Jetzt haben wir die Frage, wer hat, ob siegt. Der Drachensnapper oder die Goblins? Ah, sie befinden sich noch im Kampf. So, pass auf. Während die jetzt hier gerade kämpfen... Ah, nee, der hat immer zu strom. Und ist fast down. Alter, sieht das bekloppt aus. Was ein Sieg. Ja, hier muss man halt die Umwelt gegen sich selbst kämpfen lassen. Anders führt kein Weg dran vorbei. So, da vorne ist dieses andere Vieh. Dazu kommen wir gleich. Der ist am Goblin-Schamane. Das ist gut, dass der Goblin-Schamane tot ist. Jetzt haben wir noch zwei Snapper. Und die sind ja weniger eine Herausforderung. Zum Glück. Ja, so geht's. Jetzt ist die Frage, ob das auch gezielt so ist, dass das sein soll. Sprich, dass die Umwelt sich hier gegenseitig auseinandernehmen soll und muss. Und man muss dann halt irgendwie taktisch zugucken. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall heftige, heftige Mod. So, das heißt, wir verziehen uns mal zurück zu dem guten alten Stein da drüben, damit sich die Goblin-Krieger auch wieder da versammeln können, wo sie sein sollten. Und in der nächsten Folge machen wir dann gerade hier weiter und schlagen uns noch ein bisschen mit der Umwelt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.